Namaste. Ich begrüße dich ganz herzlich an dem nächsten Video mit dem Metall-Element am Hirsch. Und dafür bitte ich dich direkt weiter zu gehen in dem nächsten Video, wo wir dann an Namaste-Haltung kommen. Tief an und ausatmen, eine Uhr verkommen an und ausatmen, eine Uhr in und ausatmen, eine Uhr in und ausatmen. Du kannst gerne eine Uhr in den Händen fällen und ausatmen, die zwei Zeichen fangen und zusammenbringen an die zwei Teile. Ich werde nicht kreizen, anatmen. Anlesen. Und dann lässt du dich eher im Rund und den Körper schwingen. Von innen drauf, schaffst du dich immer mehr hoch. Alles ganz weit ausschweifen. Ganz locker, nicht kontrollieren, bis die Hände auf dem langen Punkt aufkommen. Und dann klappst du das Dough auf. Tief weiteratmen und ausatmen. Und dann lösen, lösen. Und dann lösen, lösen. Kannst du dich gerne nach wie lange du ihm auch machen. Den Ehren ausschwenken lassen. Auspendeln lassen. Und dann kommen wir von oben auf. Abwischen. Und hier kannst du gerne, wenn es geht, den Bein außen nehmen machen. Den Wirbelseil so riecht wie möglich. Und dann lösen, lösen, dich dahin ersetzen. Dann kannst du den Bein ausstrecken oder abstellen, ausrisseln. Und dann machen wir eine Übung. Und du kannst so sitzen bleiben. Oder dich an den Schneidersitz dahin ersetzen. Wie gesagt, den Bein entweder ausgestreckt lassen oder am Schneidersitz bleiben. Und dann breiten wir deren seitlich aus. Strecken deren seitlich aus. Und wir vieren mit den Harnflächen noch innen. Feiermal noch innen. Und dann feiermal gewöhnen, so wie wir wollen. Und dann klappen, Antennenklappen. Feiermal, Feiermal. Das nennen wir eine Feieratmung. Am besten zehnmal oder auch noch mehr. Das bringt eine Notenmachschwung. Du kannst durch den Nuss oder durch den Mund ausatmen. Und dann machen wir vier. Ein halb live mal. Am besten lass es nicht lang. Wir meinen das an diesem Video nicht gerade so lang. Wie bei dir daheim kannst du das gerne ausdehnen. Ableden. Und dann mach man loving an dem. So riecht es wie milchlich. Dann kommen wir mit den Beinen auf hier gestreckt, setzen wir alles ab, die Faustsäle auch gezogen, die Faustsäle auch gezogen, die Faustsäle auch gezogen, so dass sie auf den Plafond angucken. Dann kommen wir mit den Ehren hoch nach oben, bringen eine Tanze zusammen, damit wir die zwei Zeichen fangen und zusammenklappen und dann sie gekreizt. Und wir ziehen es weit nach oben raus, utmen tief an und wir bringen den Ehren nach unten und ausutmen. Und den anderen, deren Weg nach unten bringen. Und dann an die Nähe schließen und ausutmen. Wir haben das erste Video am Sitzen gemacht, am Schneidersitz. An und ausutmen. Und ausutmen. An 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 und ausutmen. An, aus. An, aus. Anlesen, Bienen ausrüsseln und ausstreichen. dann in oder zweifels abstand haben wir kommen ob der weg und leihen da mal für dich dann den streck entlasten und dem stadt marken und hier wenn krise machen dann die faust abstellen und dann der faust oder der been ausröseln an das wäschgeheuern die stadt in dann der dann hat und dann die zweifels ömmen habe ich so teile auch so oft wie ihr spaß möcht und dann ziehen wir ein been und haben wir loslassen und sei bis und broschkopf alleysen und sehen alleysen und sehen alleysen und dann die zwiebel in die uhr verbringen dass wir die strecken die faustspitzen auf den plafond gucken an und sehen strecken an und sehen strecken und sehen an und ausutmen an und das zeifen durch das spiel an und wie sein becken wie sein die lungen ran und und anutmen. Andern zurück ausutmen, zurück durch Behen und durch die Felsöhlen ausutmen, durch die Felspätze, Becken, Bauch, Brust. Andern zurück aus, visualisieren, wie den Oten zirkuliert durch den Behen, durch den Felspätze, durch das Becken. Und ausutmen. Und ausutmen. Anutmen. Und ausutmen. Kannst du dich auch noch dabei hier hin? Anutmen. Und ausutmen. An. Und aus. Und ein gleiches Stück hier. An. Und aus. Aus. Und seitens. Und aus. Und aus. Und aus. Anatmen, ausatmen und dann helfen wir beim nächsten Anatmen, der im Anatmen anatmen und nur vier kommen, ausatmen. Anatmen, ausatmen und den ehren gestreckt an der Beckenheben, anatmen. Wir lernen beim Anatmen noch an. Spiele den Atmen durch den Hinn, durch Handflaschen rafflößen, über den phränen, an den Brüschkopf bis an den Lungen, bis an den Lungenspitzen. Du gehst bis an den Bauch, anruhm zurück, ausatmen, los absetzen und ein Stück her anatmen, weg in die Hände. An zurückkommen, ausatmen, los kannst du vielleicht den Bein hier und dann den Handtrecken zusammenbringen, ausatmen, anreinkehre, anatmen, ausatmen, bis der Schmierende Lungen aus. Anatmen, an, aus. Anengleiche, anatmen, an, aus. Dann setz den Bein auf und kannst den Face noch hier ausrutschen los sein. Nachdem du deine Hand auf den Kopf bringen. Dich ganz lang machen. Den Face sind gestreckt, nur vier. Verspitzte gucken, vis-à-vis von der Mauer. An den Händen, die sind Händen gekreizt. Neige Zeichen fangen an, nur vier gestreckt, die Hände röcke geklappt, dann sind die verkreizt. Und an den Uthma an, haben wir hier in den Becken, haben wir los in den Schaukeln von einer Seite auf die einer Seite. So rein, Übung für Moiswakrisch zu gehen. Schon am Bett kannst du aufhören, komm am Yoga. Und dann aus, pendeln los sein. Der Arm zurückbringen. Und noch ein Gerät knäen und Zehen. Dich ganz rund machen. Läsen und knäen. Läsen und knäen. Läsen und rechts, fahle los sein. Und dann ist das Gleichgewicht. Und jetzt sind wir mit den Händen. Und dann ist das Gleichgewicht her, die Hände zu bewegen. Ihr könnt die andere Seite. Und dann versuche ich noch käschen, die Hände zu bringen. Häääää, die Hände zu bewegen. Und dann ich versuche dich, die Hände zu nehmen. Und seien, ausatmen und dann dynamisch von länger Seite auf die Arne schwingen. Dann fährst du noch vier Rutsche los, und dann Shavasana kommen, und da kannst du vielleicht deine Hand auf den Bauch legen, deine Hand auf den Brustkreufe, und noch ein Kehr, deine Not im Bewusstsein aufheulen. Spiele, wie dein Atem ran und raus fließt, einfach nehmen, spüren und observieren, wo dein Atem sich bemerkbar mischt in deinem Körper, ist dein Atem rauisch oder unruhisch. Sein Atem sei er oder los, regelmäßig oder unregelmäßig. Wo spielst du dein Atem? Geh ganz bewusst an der Körper ran und observier den Atemfluss, den Atemstrom. Auch nicht, dass du irgendetwas bezwecks oder messst. Spiele, wie nicht, dass du anatmen musst. Wenn ihr den Impuls könnt, für auszuatmen. Alles geschieht vom Selven. Alles geschieht vom Selven. Alles geschieht vom Selven. Dein Atem. Dein Atem geschieht. Dein Atem geschieht automatisch. Auch nicht, dass irgendetwas muss werden. Vielleicht kannst du in diesem Moment den Körper einfach Merci sollen, wie alles, wer teilt. Dein Atem. 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 Und dafür sind wir noch unendlich dankbar, dass dann ein Rhythmus geschieht, den alles gut täht, den zu alles gehärt, der ganz individuell aus. Und observe ja weiter den Ottenstrom, den Ottenfluss. Wie ihr könnt, wie ihr geht. Und vielleicht spielst du einen anderen Änderbereich, den Körper, den Arm und den Händen, den Gefangenen, den Benen und den Face und den Zeilen und den Fauszölen. Back, am Reck, am Kapp. Sie haben dich befasst, wie der Körper alles zusammen schafft und länger erinnert, wie alles sich ergänzt. Wie alles zusammen schafft, Lungen und Därm. Haldiyana Alimenta, Haldiyana Kierpadela. Haldiyana Alimenta, Haldiyana Kierpadela. Sie sind los. Dependent Rüge. Sie sind vor sploi. Nationalему Vielen Dank.